Guten Tag. Grüß Gott. Können wir was helfen? Ähm, ich hätte gern diesen Schuh in Größe 37. Mhm. Meine Tochter holt den anderen Schuh. 37? Ist 37. Ja. Kennen Sie diesen Mann? Nein. Ich hätte geschworen, Sie kennen ihn. Das war's schon, oder? Ah, kennen Sie diesen Mann? Nein. Lassen Sie uns unseren Schuh da? Ja. 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 Ja.